Der Ironman auf Hawaii ist natürlich irgendwo das Wimbledon unseres Sports. Das ist das Größte, was unser Sport so zu bieten hat. Und da möchte ich natürlich auch irgendwo Teil dieser Geschichte sein. Es gibt zwei große Rennen im Triathlon. Das eine sind die Olympischen Spiele, das andere ist Hawaii. Und als Triathlet träumt man natürlich davon. Siegesserien oder sonstige Rekorde versuche ich eigentlich komplett außen vor zu lassen. Daran habe ich mich zu oft aufgehangen in meiner Karriere. Und auch hier werde ich versuchen am 14. Oktober einen Eintages-Sieg einzufahren. Natürlich denkt immer jeder Hawaii, Palm, Strand, Sonne, Surfen, alles easy. Aber die Realität ist auch ein bisschen, dass wir hier auf dem sogenannten Queen K Highway entlang düsen. Das ist eine relativ gerade, öde Straße, die sich durch die Lava-Wüste formt. Und das, was sich jedes Jahr unterscheidet, ist in den Wochen vorher, wie viel es geregnet hat. Ob es ein bisschen Grün neben der Straße gibt oder gar kein Grün neben der Straße. Insofern ist es schon etwas, was auch dann einen relativ brutalen Kontrast eigentlich zu dem Hawaii-Urlaubsbild bietet, was man so kennt.